Der Süden Berlins wird um ein Stück Natur ärmer werden. Keine Kommunikation, hohe Frustration Wohntlos, mit Außenküche Steril, ohne Gerüche Bin ich grün, viel grau Erinnert stark an Mama Hier leben Kinder, mehr oder minder Kids, 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 sappeln in der Kiste Kids, 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 sappeln in der Kiste Kids, 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 sappeln in der Kiste Das lässt sich nicht vermeiden Ich kenne Historie, ein schönes Großteil, ja? Ja, das spiel in Beton, verstärkt Spielen in Beton Getreten verboten, atmen verboten Dibst untem Beton, tocht den Beton Kids, 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 sappeln in der Kiste Kids, 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 sappeln in der Kiste Kids, 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 happeln in der Kiste Kids, Kids, herst klasse in der Kiste GRUPIOS STAAT Eifelsfacht Kindemau den Gruppiostad Ursachevolfachtsstadt Kindemau den Gruppiostad Ursachevolfachtsstadt Kindemau den Gruppiostadt Ursachevolfachtsstadt Kindemau den Gruppiostadt Ursachevolfachtsstadt Da können Ihnen diese Jugendlichen schon leid tun Vielen Dank.